Als der Chef ins die Werkstatt kommt, liegen alle Handwerker in den Ecken auf dem Boden und dösen. Da sagt er, wer von euch der Faulste ist, bekommt von mir 50 Euro. Da kommen alle auf ihn zu und einer erklärt, ich habe schon seit zwei Stunden nichts mehr getan. Ein anderer kontert, ich habe heute überhaupt noch nichts gearbeitet. Da sieht der Chef einen Arbeiter, der einfach in seiner Ecke liegen geblieben ist. Du bist der Faulste, sagt er zu ihm, du bekommst die 50 Euro. Der Anspruch hene erwidert, dann kommen Sie her und stecken mir den Schein in die Brusttasche. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.